Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute spielen wir mal wieder eine Runde Zweifelgames auf dem Gombe-Server, in der Teams-Erlaubt-Variante und auf der Map. Welche Map spielen wir denn? Das ist nämlich die ganz neue Map und sie hieß Tropical Orient und ja, sie ist seit gestern draußen und ich habe die jetzt schon circa dreimal gespielt, die Runden liefen eigentlich relativ gut. Ich habe aber auch nur, muss ich sagen, die Teams-Verboten-Variante gezockt, also jetzt nicht irgendwie Teams erlaubt, aber naja, ich dachte mir für eine Aufnahme kann man eventuell auch mal gegen Teams zocken und dann schauen wir mal, wie das denn hier so wird. Ähm, ja, das ist aber nicht das Einzige, was ich heute in diesem Video zeigen wollte. Wir werden uns heute ein bisschen die Map anschauen und ich sehe schon, da ist der erste hinter uns. So, und jetzt kann ich da etwas reißen, doch sollte möglich sein, ja, wir haben das bessere Equipment gehabt und konnten uns durchsetzen. Ähm, das ist nicht das Einzige, was ich heute im Video einmal ansprechen wollte. Hier ist auch so ein Secret, kann man einfach sagen. So ein Easter Egg, würde ich einfach mal sagen. Man kommt dann nämlich nicht dran an diese Kiste. Ähm, ja, und da steht einfach nur drauf, für Chess is a lie. Ähm, keine Ahnung, was es soll, aber jedenfalls ist mir das letztens aufgefallen. So, und zwar, Leute, es geht um folgendes. Ich bin jetzt nämlich erstmal ein paar Tage nicht zu Hause und da kommt wahrscheinlich auch bei euch die Frage auf, wie das denn mit den Videos jetzt aussehen wird. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich halt natürlich ein paar Videos vorproduziert habe. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich fünf Videos vorproduziert und ich bin bis nächste Woche Sonntag weg. Sprich, insgesamt müsste ich damit jeden Tag ein Video kommt, ähm, acht Videos vorproduzieren. Aber ich habe bis jetzt halt nur, wie gesagt, fünf. Und ich habe halt, also mein Ziel war es halt so, sieben Videos noch zu, äh, also noch zwei Videos aufzunehmen und die dann halt hochzuladen, also dass halt jeden Tag ein Video kommt, außer halt am Sonntag. Ähm, ob ich das jetzt schaffe, weiß ich nicht. Ich werde euch auf Twitter auf dem Laufenden halten, deshalb folgt mal auf Twitter oder ihr könnt auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen, dort folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn da werde ich auch ein paar Urlaubsfotos posten, denn ich werde jetzt erstmal in den Urlaub fliegen mit meiner Familie. Und, ähm, ja, da könnt ihr gerne ein Follow da lassen, wenn ihr nochmal ein paar Bilder diesbezüglich sehen wollt. Und ansonsten gibt es eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Das ist das, was ich eigentlich mal noch ganz kurz am Anfang ansprechen wollte. Und ich würde gerne den Technik-Typen bekommen. Ich würde mich sehr freuen, allzu lange sollte er nicht mehr sprinten können. Ähm, ich verfolge ihn jetzt auch einfach die ganze Zeit, ist mir Wayne. So, und jetzt sollte er gleich Ende im Gelände sein. Genau, da ist nämlich Ende im Gelände. Und ich kann mir nochmal ganz, Leute, kann ich die Melonen abbauen? Das ging doch, oder? Oder ging das nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, das ging perfekt. Ähm, so, und ich sollte mir definitiv Brote craften mit dem Weizen. Mein Equipment ist jetzt nicht allzu schlecht, aber auch nicht perfekt. Das kann ich noch auf den dritten Slot packen. Und, ähm, ja, Leute, im Wesentlichen wäre das auch alles schon gewesen, was ich sagen wollte. Also macht euch gefasst, dass halt hoffentlich, wenn alles geklappt hat, jeden Tag ein Video kommt, außer am Sonntag. Also nächste Woche Sonntag. Und, ähm, ja, genau. So, gut, da ist schon das allererste Team, sehe ich gerade. Das sollte ich mal zusehen, dass ich da eventuell taktisch vorgehe. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas, was man gegen ein Team verwenden könnte. Oh ja, da habe ich nochmal eine Angel bekommen. Ähm, jetzt muss ich gucken. Was mache ich? Okay, das Team splittet sich, glaube ich, oder? Ja, ich habe eine Angel, Leute, ich weiß, das habe ich gerade gesehen. Oh, scheiße. So. Wie, das ist dann noch da hinten? Nein, ich könnte es schaffen, indem ich die, äh, Spinnerze benutze und den einen Typen da reinlocke. Sie müssten sich aber mehr oder weniger trennen, damit das einfach geht. Oh, was? Hier ist schon Ende? Was zur Hölle? Sieht schlecht aus, Leute. Es sieht verdammt schlecht aus. So, okay. Jetzt muss ich aber schnell weg hier. Okay, der eine ist fast down. Der eine sollte fast down sein. Ach du Scheiße. Okay. Okay, jetzt gibt es noch den einen Weg. Und das wäre der. Ins Wasser und Pussy-Taktik machen. Ich kann jetzt leider echt nichts mehr machen, deswegen muss das sein. Hätte ich ein Feuerzeug oder sowas? Oh, er hat zum Glück auch keine Pfeile. Ich booste ihn extra auch ein bisschen so zur Seite. Ähm. So, den. Yo, hau mal rein, Alter. So, perfekt. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen wegrennen. Ich bräuchte eigentlich irgendwie ein Feuerzeug oder sowas, damit ich das Team halt safe call ausschalten kann. Weil so wird das nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorstelle. So, er hat zwar jetzt nicht gutes Equipment, aber dadurch, dass die sich halt abwechselnd angreifen können, sag ich mal, haben die natürlich einen kleinen Vorteil. Und da ist auch einer. Ich versuche die mal aus sich zu hetzen. So, okay, moin. Oh, er macht gar nichts. Jetzt einfach auf K. Nein. Jetzt gehen sie wieder auf mich, ne? Und die splitten sich. Oder? Ne, die splitten sich doch nicht. Schade, aber auch. Das hätte jetzt mein, äh, meine Chance sein können, wenn die sich gesplittet hätten. Okay, das war falsch von denen. Hätten sie nicht machen sollen. Und jetzt splitten die sich. Da muss ich auf jeden Fall einschreiten. Jetzt oder nie, würde ich sagen. Jetzt oder nie. Die werden den wahrscheinlich bekommen. Oh ja, da muss ich aufpassen. Ja, bitte. Perfekt, den habe ich da bekommen. Und der ist jetzt auch weg vom Fenster. Ähm, kann ich nochmal ganz schnell was bekommen. Äh. Ah, da ist jetzt auch nichts dabei. Nichts dabei, was man so ganz Wichtiges gebrauchen kann. So, das Spinnennetz. Das könnte ich mir vielleicht in die Leiste packen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich müsste eigentlich erstmal raggen. Ich müsste erstmal raggen. Und danach wäre ich eigentlich bereit zum Kämpfen. So. Dann kann ich den nämlich, wenn alles klappt, gleich ins Spinnennetz droppen. Und da oben ist auch einer, das sehe ich gerade. Das habe ich zu spät gesehen. Dann könnte ich ihn gleich ins Spinnennetz droppen. Und, äh, töten. Das war ja der perfekte Plan. Okay, er schießt mit dem Bogen. Ich muss aufpassen, dass der jetzt der andere aber nicht abstaut. Denn das wird wahrscheinlich so sein. Oh ja, da muss ich aufpassen. Da muss ich jetzt aufpassen. Oh oh, er sieht mich gar nicht. Das ist gut für mich. Okay, er ist auch down. Kann man die Sachen wegschmeißen? Nein. Ah, Mist. Okay, das habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Scheiße, ich habe auch gar nicht das, äh, hier Eisenschwert bekommen, glaube ich, oder? Doch, das Eisenschwert habe ich, aber die Pfeile habe ich nicht. Gut, dann heißt es wieder mal etwas wegrennen und regenerieren. Ähm, habe ich noch was? Ne, ich habe hier aber auch gar nichts mehr. Okay, ähm. Vielleicht kann ich noch die Pfeile bekommen. Das wäre eigentlich genial. Ich schmeiß mal ganz kurz den ganzen Crap weg. Ha, komm, das brauche ich auch nicht unbedingt. So, der wird jetzt hinten sein beim Loot, denke ich mal. Und sich den Stuff gönnen. Also, Pfeile hat er sowieso schon eingesteckt. Vielleicht sieht er mich aber nicht. Das wäre gut. Wenn er mich nicht sehen würde. Doch, er sieht mich. Und da liegt jetzt eigentlich noch der größte Mist. Und das Deathmatch startet auch schon, ja. Oh, Mann. Was ist denn das? Hä, was macht er denn? Was macht er denn? Er würde mich jetzt mit der Angel wegboosten. Na, scheiße. Oh, was? Was hat er gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Hä? Was hat er sich dabei gedacht? Er bleibt einfach stehen. Warum? Hat er noch einen Eisenbarren? Na, ausgerechnet er hatte keinen Eisenbarren. Eisenbarren hätte das für eigentlich so geil. Dann könnten wir uns ein Feuerzeug machen. Dann hätten wir natürlich noch bessere Karten. Besonders gegen Teams, ne? Ich meine, wir müssen jetzt auch damit rechnen, dass halt Teams vorkommen können. Weil es eben Teams erlaubt ist. Und da darf man logischerweise Team, ne? So, ich weiß aber gar nicht. Es leben noch insgesamt zwei andere Spieler. Und ja, schauen wir mal, Leute. Hier ist ja soweit ich weiß kein Schwert. Oh, ich glaube, das ist ein Team, ne? Er sollte ein Team sein. Okay, das ist gut. Beide drinnen. Okay. Okay, den ersten habe ich. Den ersten habe ich. Oh ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was ist da noch so? Anstuff, da ist gar nichts mehr. Oh ja, den kann ich noch bekommen. Eventuell. Wir werden es sehen. Ah, das war nicht schlecht gemacht mit dem Hit. Dass er erstmal weggerannt ist. Sich dann halt umzudrehen. So, ähm. Es liegt da wahrscheinlich auch mit dem Bogen, ne? Ja, es liegt da um die Ecke. Okay. Nur mal einen Hit mitgeben können. Okay, sehr gut. Und mit dem Bogen treffen. Und da ist er down. Da haben wir ihn auch getötet. Sehr gut. Dann haben wir die Runde sogar gewonnen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das war es von der Runde. Survival Games. Das war es mit der Map. Ich hoffe, dass alles klappen wird mit dem... Da schreibt es bei Emma und haut ab. Jööö. Great twit. Ähm. Mit den Videos. Und dann sehen wir uns. Die Tage wieder, Leute. Bis denne. Für euch verändert euch dann nichts. Aber egal. Schaut bei Twitter vorbei und Instagram. Bis denne. Ciao. Uuuu. Uuuu.